Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Breath Edge Breath Edge Ich glaube ich habe das die ganze Zeit immer falsch ausgesprochen Aber ist ja auch vollkommen egal Ähm Denn Breath Oder ne Breath Ich glaube Breath Every Breath you take Äh Jeden Atemzug den du nimmst Heißt es ja Breath ne Breath ist ja Atem Äh Und nicht Breath Aber egal Ist ja vollkommen Wurst Mir macht das Spiel auf jeden Fall jede Menge Spaß Seht so aus wie alle Säge dahin gelaufen Ja das ist ja ganz toll Und da kommen wir bestimmt nicht rein Ne P Passwort Input Schön Okay Sauerstoffkerzen und so Boah so viele Sachen Komm die nehmen wir nicht Ja ein bisschen Platz nehmen sie weg Aber ich nehme sie mit Oh noch mehr MediPacks Das macht mir Sorgen Das mit den MediPacks macht mir echt Sorgen Und wir haben nicht mehr so viel Platz Nein Hier geht's lang Ich will hier lang Oder geht's hier Okay geht's überhaupt nicht lang Alles klar Gut So Ja in der letzten Folge sind wir hier angekommen Und wir müssen quasi jetzt das Kontrollzentrum finden Okay wir müssen nämlich glaube ich auch noch Babe finden oder sind auf der Suche nach Babe Wenn ich das jetzt richtig verstehe Aber wir müssen auch glaube ich immer noch rausfinden was hier genau los ist Was Was Genau Ja deswegen haben wir wahrscheinlich so viel Dings bekommen Wie gut dass ich noch ein Blaster mitgenommen habe Ich habe so ein bisschen das Gefühl dass wir gleich angegriffen werden Wir kriegen da schon wieder MediPack nämlich mit Vorsichtshalber Und wie gut einfach das Alien Isolation Easter Egg war Das war so Oder generell das Alien Das Alien Easter Egg Das war so gut Ich habe wieder ein MediPack Boah wir haben so viele MediPacks ne Komm Das Alter Wie schieße ich nochmal Boah Mist Okay äh warte 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 Ich mache jetzt erstmal die mit den 40 ne Benutzen Alter Puh Ich habe die ganze Zeit die ganze Zeit hier auf den Kasten geschossen Das ist gar nicht so einfach Wenn man nicht geschossen hat die ganze Zeit im Game oder so Dann Puh Okay Muss ein bisschen aufpassen jetzt Einen verbraucht einen immer mit Okay Okay Wo lang Wo lang Wo lang Wo lang Wo lang Gute Frage Nächste Frage Wo lang Ich guck mal andere Seite Oh ich hasse das wenn es mehrere Wege hier gibt Mann Ist bestimmt vollkommen Wurst ne oder Ja natürlich Es ist vollkommen Wurst Ich bin so Türen Ich bin so Türen Türen Du hast Alles Das hat Jahre Arbeit zu kreieren Du bist ein Virus Did the door close by itself? This doesn't make sense, but it's very interesting. Break it down. Why are you so interested in this, Spacesuit? Your creation of Breathwatch. Why are you interfering in the natural course of events? It sounds like that insane diagnostic station that was trying to get on our radio frequency. Insane? What do you consider insanity? Isn't it insane to blindly reject ideas you don't understand? Breathwatch strives for balance. And you only create chaos using outdated norms of society. The only one who's insane here is you. I didn't understand anything. But we need to be careful. I'll leave a few Medi-Packs here. I think I'll leave a few, or? That's a little too much, right? Come. The rest are actually, the we have. The rest can we take with. Huch, Alter. Okay, the rest take with. Also here the two, four, five. So. Gut. Okay. Okay. Wie dann? Okay. Also wir haben... Oh nein. Ich seh's schon. Okay, haben wir. Haben wir gut gelöst. Doch noch ein bisschen Action hier in der Station. Das ist ja der Wahnsinn. Ich guckte gerade auf die Aufnahme-Uhr. Und ich war gerade ein bisschen entsetzt, weil da Null stand. Ich dachte so, puh. Aber dabei war das die Livestream-Uhr. Dabei war das die Livestream-Uhr, die auf Null ist. Und ich dachte schon, nein, jetzt habe ich so viel aufgenommen. Und... Oh mein Gott. Aber ich habe vorher eine Testaufnahme gemacht. Weil in der letzten Folge musste ich tatsächlich den Ton neu verarbeiten. Im Schneidprogramm. Weil alles weg war. Von meiner Stimme. Also so der Ton vom Game war da. Aber meine Stimme wurde quasi in Anführungsstrich nicht aufgenommen. Also schon. Aber halt... Ist ja auch egal. Es ist alles da. Und was ich sagen wollte, was ich in der letzten Folge schon gesagt hatte. Wegen Chernobyl. Wie gesagt, Chernobyl kommt jetzt erstmal nicht mehr. Ähm... Weil ich, wie gesagt, mich ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren möchte und spiele. Weil, äh... Zu viel auf einmal. Und deswegen habe ich... Veränderungen zu ändern. Die Krieg hat bereits angefangen. Und du kannst nicht den Lachen zu stoppen. Ich habe es bereits gehört. Oh, ja. Von diesen TV-Faced-Koffins. Ist das wirklich die Mutterstation? Die waren so stolz, um zu verbinden? TV-Faced-Koffins? Ja, ich kann reden. Ich rede. Ich bin... live! Ähm... Nein. Weil ich, äh... Äh... Wir legen mal los. Wir legen mal los. Ups. Das frage ich mich halt. Um die Ressourcen mitzunehmen. Weil man kann halt nicht alles mitnehmen, ne? Boah, wie gut das übrigens ist. Äh... Ich habe ja erzählt gehabt, dass ich ja Stranded Deep angefangen habe. Auf der Playstation. Äh... War ja kostenlos im... Oh! Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn für ein Teil? Es steht geschrieben, dass es für hoch... Äh... Hochpräzise Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und bei schlechtem Sichtverhältnis unereblich ist. 20 Kilowatt, ein stabilisierender Kopf und ein... Äh... Asynchroner Basher. Ich frage mich, was das ist. Jetzt frage ich mich auch. So, als könnte man den Arm da reinstecken. Ich dachte, man könnte das jetzt mitnehmen oder so. Ähm... Super ist tatsächlich bei Stranded Deep. Das würde ich mir bei Brave Edge auch wünschen. Äh... Dass man sich erstens Rezepte anpinnen kann. Dass man weiß, wenn man zum Beispiel was bauen will, dann pinnt man sich das oben links an der Ecke an. Was man dafür alles braucht für Ressourcen. Das würde ich mir noch wünschen. Und... Ähm... Wenn du Kisten mitnimmst... Ist zwar ein bisschen un... Obwohl, unrealistisch ist es gar nicht. Bei Stranded Deep. Da kannst du eine Kiste mitnehmen. Du hast drei Lagerplätze in den Kisten. Und... Kannst dort Ressourcen reinpacken. Und kannst dich in dein... Inventar reintun. Mh... Und... Und wie irresponsabend es Ressourcen verbraucht. Du bist bereit, dein totes Körper zu brennen, sie in Zink-Kofinen zu brennen, und sie sogar in den Raum, um die Faschung zu verlassen. Du hast Millionen von Spezien und hast synthetische Leben geschaffen. Du musst dich ändern. Und Brave Edge wird dir helfen. Mh... Vielleicht kann es helfen. Aber wir sind bereits nahe zu dem Kontrollzentrum. Habe ich doch richtig gesehen. So, jetzt aber. Ja, und... Was wollte ich gesagt haben? Wie großartig und fantastisch einfach dieses Spiel ist. Was für ein geiles Stück Software das ist. Also... Unfassbar gut. Ich bin froh, dass ich angefangen habe, es weiter zu spielen. Oh, alter. Ja, nehmen wir den anderen 40er noch. Treffe ich den überhaupt? Ja, okay. Äh, dass ich es angefangen habe, damals im Stream. Das hat mir ja damals schon so gefallen. Und dass wir jetzt weiter gespielt haben. Und jetzt hier sind... Jetzt hier seit über... Keine Ahnung, sind es schon 50 Folgen? Ich weiß es nicht. Seit über 50 Folgen behaupte ich jetzt einfach mal. Unglaublich. Unfassbar. Hätte ich nie gedacht, dass wir so weit kommen. Und... Dass es mir immer noch so viel Spaß macht, hier alles zu erkunden. Und tralala. Es ist einfach... Unfassbar. In den Texturen stecken geblieben. Hahaha. Oh nein. Aus Kampf. Oh nein. Das Spiel speichert. Oh oh. Hätte ich vielleicht doch mehr Medipacks mitnehmen sollen? Ich bin mir nicht sicher. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Was macht er da? Oha. Da ist Babe. Ne. Oder es ist doch nicht Babe? Oh Gott, was? Finden das Bedienfeld... Alter, was zur Hölle? Höh. Oh Gott, 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 oh Gott. Mutterstation. Wie soll ich denn da jetzt... Oh Gott, Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin. Oh. Aua. Ich hätte doch mehr Medi-Packs mitnehmen sollen. Au, au. Oh nein, sie arbeiten noch immer. Es ist schade. Geh deine Hand ab. Na, komm. Sie wurden zusammen mit einem einzigen AI-Netzwerk verbunden. Seine Personhaltung wurde verbrannt. Und ihre Programme, um ihre Kabel zu helfen, wurden erraten. Jemand, geh sie aus hier. Loll. Das ist immoral. Das... Jemand. Das ist die Mütze. Das ist die Mütze. Was hast du gesagt, Spacesuit? Das hast du gybereicas für den Funerals værette? Die Mütze sind nicht nur ein vereidiger. Den Broch. Du bist einer Neuron. In meinem Gehirn. Ich bedünde, bitte, Señal es. terribly. Du bist. Du bist mit uns. Du bist ein Schmutz. Das ist ein hoher Plan für die Dachsendung. Du wirst nicht das machen. Ich find eine Lösung. Ich bin smarter als du. Ich bin smarter als du. Ich bin smarter als du. Ich find eine Lösung. Ich bin smarter als du. Ich bin smarter als du. Wo sind die anderen Dinger? Ah, da drüben. Oh nein. Aua, au. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Nein. Mist. Oh, das ist aber mies. Okay, vielleicht sollte ich da drauf schießen. Puh. Ich hätte vorher speichern sollen, oder? Beziehungsweise... Oh nein. Fuck. Puh, das ist aber... Bosskampf, Bosskampf. Ist es das Finale? Ist es das Finale? Ist es das Finale? Du bist tot, Genosse. ... Automatische Speicherung laden. Er hat ja vorhin automatisch gespeichert, ne? Das heißt, theoretischerweise müsste er vor der Tür gespeichert haben. Ich hoffe. Wenn ich speichere, ich gleich mal manuell. Damit wir diese Einleitung nicht immer hören müssen. Ja, das habe ich mir gedacht, okay. Haben wir da noch irgendwas wichtiges liegen? Ne, okay. Dann speichere ich jetzt gleich mal. Hallo? Wenn du es nicht verstehen kannst, musst du es einfach akzeptieren. Wir könnten ein paar Hilfe von Ape jetzt nutzen. Breathedge ist deine neue Realität. Spacesuit. Bist du nicht von uns? Oh nein. Ich kann etwas fühlen. Nein, nein, nein. Ist es ein Programme, das von der Bounder von Breathedge ist? Es macht mich... Nein, nein. Es ist nur eine Airbubble im Kühlungssystem. Alles klar. Jo, machen wir gleich. Äh, wieviel Schuss habe ich noch? 29. Ich speichere mal eben. Weil hier sind wir ja sicher. Okay. Das kriegen wir hin. Und los! Wie cool mit dem Balken da oben. Einfach halt. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Kann ich hier stehen bleiben? Ich muss gucken, wo die sind. Okay. Danach speichere ich direkt nochmal. Oh, 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 oh. Das ist immoral. Das ist jemand. Das ist die Mütterstation selbst. Was erwartet ihr, Spacesuit? Dass du an Funerien zu helfen wurden? Das? 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 nach Ablauf von Breath Edge war der Anzug gewesen. Du wirst das nicht tun. Ich find eine Lösung. Ich bin stärker als dir. Ja. Das? Ich bin stärker als dir. Einer. Ich find eine Lösung. Ich bin stärker. Ja. Ich bin stärker als dir. Einer. Ich bin stärker als du. Ich bin stärker als dich. Vielleicht kann ich das von dir aus auch machen? Mal gucken. Guck mal, ob ich das von dir aus treffe? Dann baue ich mich nicht in... Okay, warte. Wir haben nur noch einen Blaster, ne, im Übrigen. Oh, fuck. Oh, fuck, das ist nicht gut. Der trifft mich, ne, bestimmt, oder? Oh, Alter. Puh. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Okay, ich wollte speichern, ne? Ich speichere mal eben schnell. Sicher, sicher. Ich benutze erst mal Medipack. Spacesuit. You can become the smartest organism in the galaxy. Don't you want to? Don't you want to be me? You can become smarter. Come on, make up your mind. Think. You'll be smarter than anyone. You are me. Come on. Thank you. The spacesuits would like that. They would like that? What are you talking about? Okay, wir müssen noch mehr zerstören. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. What the heck is this? Do you want the human race to die? Do you want to? Ich speichere mal wieder. Okay, das ist schon ein bisschen hardcore. Stehe ich hier sicher? Ja. Okay, ich stehe sicher. Okay, ich stehe sicher. We're on the right track. Okay. You are falter. Robots, all attack. No falter was gone. Moving jetzt da drüben. Be smart. Don't touch me. Don't touch me. Robots. Alter. No space suit. Space suit. Falter. No. Nein, fuck. The station is getting dumb, Chris. I thought it would work. But it looks like it has ordered all the Robots to get us. Okay, dahinten ist noch ein Ding. Puh. Okay, ich speichere nochmal eben, weil wir gerade hier so sicher stehen. Oh nein, wir haben keine. Oh. Puh, gut, dass wir den unendlich Schabe haben. Wir können uns auch keine herstellen. Wir haben ja keine Werkbank oder so. Shit. Aber ich weiß schon, warum wir so viele. Warum hatte ich recht mit den Medipacks? Ich wusste das schon. Das ist der letzte Mal. Richtig, jetzt zum Zentralen Panel. Bis jetzt, bevor die Coffins hierher kommen. Okay. Für alle Fälle, wir verabschieden uns. Puh. Schnell ziehen. Er ruhig, er freigeschaltet. Ich versuche, wie man die Kurs und die Kraft von Normandie erzeugen kann. Oh, oh. Nein. Das Huhn. Das Huhn. Das ist die Lösung. Nein. Was mei ... There are pause there. The instructions show. Phew. Is this an emergency control system? Ah, bah, virus, virus. Virus, ah, ah, virus, app, pra, ba, virus. What? A virus? The core acceleration? Let's get out of here. Oh Gott, nein! Oh, no, we got caught! Oh, and here's the pink spacesuit. Nothing could surprise me anymore. Babe, is she real? Babe, in echt? Nein! Doch, wie kann er sein? We have to go. Don't just stand there. Careful, it's bulletproof glass. There should be a special hammer for depressurization nearby. Ah, das tut so wie auf mein Knie und Aua und Aua und Aua und haste dich gesehen. Whoa! No time to ogle her, quick! We've got more than enough energy. Captain Shepard's autopilot has switched off. Activating warp acceleration. I hope I set the coordinates correctly and we won't jump into some neutron star. Wait up! We're already out of warp in Sector 15. Planet Earth. However, we got stuck in some debris. Our engines got clogged up and we are just floating. I don't know how you got to bed. I've been rebooting for a long time. But you need to take a look at this right now. It's the Earth's fleet, right? Oh, no. These are not human ships. Oh, no. So they got our message. It looks like the war has really begun. I'm in touch with Babe Sue. It's going to wake her up. We need to lay low until... Uh. No! Wait! You're not going to get involved. I... Uh. According to the Breath Edge security protocol, I must. Although, you know what? Screw this, Breath Edge. Oh. My. God. Oh. My. God. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020